so was geht youtube willkommen zurück auf meinen kanal heutiges thema specify die wild edition wir sind auf russischen server wahrscheinlich naja müssen die hexe allerdings habe immer noch keine ahnung wie das geht ich weiß nicht wie die ex aussieht auf jedenfalls gibt es so eine art slender man ja wieso habe ich mal gesehen wo die mich angegriffen hat aus dem nichts aber jetzt brauchen eine rose den schwanz von hund hexen der haare sie gerade hört dabei sie ist unsichtbar was das ganze noch spannender macht bis zu beherrschen okay gut da haben sie es geschafft hallo guys bei allen hat mich irgendwie ein rattery dem style jetzt mal alle schubte der aufmachen ja moin ich hätte wirklich ausgerufen weil es geht ich kann ja auch wenn ich habe keiner was ich machen soll jetzt wirklich das sieht ganz normal aus digga wunderschön dass meine batterie ist also für das ist eigentlich nur noch eine höchste der vorher kommen die ganzen runde auszusuchung mache ich mal nicht das verschieben war für nächstes mann ich weiß nicht wo ich hingehen und überall hörst du stimmen geräusche schreie wunderschön dass ich alleine bin im hauen ich brauche eine heckenschere wo finde ich jetzt in der heckenschere mann im licht der sovredürfel der gleich für sich welche heckenschere von oh mein gott was cool ja das kenne ich das sprichst du wenn er angriffen wurde so wüsstens wurde so zu einer ratte oder an der maus keine ahnung da musst du da rein springen das stelle ich ich finde immer noch kein bots keine heckenschere die das erinnern ich mir voll an skyrim style oder bitte schließen wenn man geräusche hat einfach schließt wichtig sind horror games du darfst dich niemals sicher fühlen weil genau dann finden die sicher fühlst passierten jamske und das der heftigste von allen als er wieder am antwort ist das hier in meiner nase juckt ach ich gibt das die gewerbung links link er nichts passiert glaube ich ich habe keine ahnung wie riesig ist die mit jo er muss doch irgendwann liegen ich gehe das so stressig so langsam ist es sich übergruselig wir selbst haben noch nichts gesehen kann noch gerne dabei bleiben ok dass das lassen wir doch lieber du kleine ich wusste das passiert das geräusch wurde nicht er hier deine frau so wurde immer näher immer mir passiert das ja immer mir aber ich wusste so dass du mit autos werden was er richtig auseinander fickt so bitch next front bei ihm hatte ich hier so richtig auf fälle ist und ein paar wendern durch ihre energie regenerieren es brauchen wir die blöde hexe greift mich wieder an dich noch mal reitsprich ich kann nicht bei weg laufen gott gott hier läuft noch so slender mann herum ich bin immer noch keine hektischere ich weiß dass ich bin immer eine hektischere lang ich versuchte trocken nein ich finde sie dann eigentlich ich habe keine na ja die gleiches länder mit sender mit so ähnlich sage ich mal es ist denn der wir ja leid lauf 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 du kannst verstehe du bist nirgendwo sicher ja wir sind sicher willst du du gehst wo du lang gehst ach ja ist das schön wie immer in den hauptenkel der war am schönsten es geht mit lol ich brauche eine hektischere ich habe keine ahnung was ich machen soll ich war so dass ich die sachen sammeln soll das irgendwie verbrennen soll aber ich brauche erstmal eine hektischere die ich nicht finde ich habe das spiel man ich sage ja man sagt immer dass man halt immer so easy horrorspielen spielen kann aber kommt es denn oder ist es denn so wird dann sieht es natürlich wieder anders aus ich will nicht mehr aber dann wird immer schon mal hinter uns ich werde ja nur noch die farm das ist selber wenigstens das monster gut ey das ist unfair warum war ich alter ey jungen ohne hektischere oder ist doch nicht so wichtig ich brauche die aber das risiko dass es hier in der nähe ist und mich gleich angreift ist hoch deswegen gehe ich da nicht lang aber wir haben noch den zweiten weg der zweite weg soll immer der bessere weg sind hat man mal gehört werde ich habe ich jetzt so veröffentlicht ich wollte sagen wenn der unteren werber wie siehst du sie nicht beängstigend oder so keine ahnung naja ich habe schon wieder was gehört das ist wunderschön ich wollte es nur what the fuck nukleäre bombe hochging oder was hier oh mein gott dicker ich dachte gerade was da passiert okay die haben es geschafft gut er hätte ich zweimal attackiert wurde er da das ist unfaire ich habe keine hektischere er wusste jetzt ich sehe lichter jetzt doch nicht aber zu werden gut können wir schon mal eingehen wo ist die hektisch wie sie sehen hatte sie umgekehrt einfach im kreis ne ich bin zu kalt ich kann nicht rüberspringen ich habe jetzt schon aus dem blick von der liga was ist das ah wusste ich gott dass er kein einiges wenn er so eine tür von boden liegt hat er sie es überhaupt eine ahnung wo es lang geht war ich nicht ich suche mal noch eine eckenschere ja das war nicht eingehen zu werden ging es zu bänden ging es andere sitte da lang aber wer hat die hexe wenn du die nicht hast ich auch nicht du auch nicht kann er nur sein hey wo ist die hexe stellen die sich gerade an oder für nur jetzt wirklich nicht ach du scheiße der ganze wieso letzten kanal sieht er hatte keine ahnung wo es lang geht weil hier ist die tür damit ist die nächste tür das ist keine villa er wird die finger werde was du zu werden geht es da lang bei mir frise gut oder das was wir die video wie sind es dabei ist ich hoffe ich habe das gefällt und ja guck mal was jetzt passiert was du denn da toll ist die hexe gefangen ja ich hab die hexe gefangen niemals sonst durch jetzt werden wir sterben okay das war jetzt nicht so heftig okay leute bis zum nächsten mal tschö mit ö tschö mit ö tschö mit ö